die die jungen herzlich willkommen zu Let's Play Melo Forna ähm ja anscheinend wie ihr schon bemerkt habt ist jetzt diese Folge nur auf 720 Pixel weil ich ab sofort die Melo Forna Parts permanent nur noch auf 720 Pixel machen werde weil dann läuft es anscheinend ja so lasst uns zocken so ja wie auch schon bemerkt habt ich hab endlich ein Intro ähm inspiriert wurde ich davon von MMO Master äh oder wie der heißt die äh die Kanal den Link werde ich noch in die Beschreibung stellen das sollte ich mal vorbeischauen ja also zocken wir mal so 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 hm hm ich mag diesen Typen recht na ich auch nicht Moment was macht der Kader wo wir denn hin er geht pissen eindeutig ich bin's ich bin's du nicht in Auge behalten ähh der geht jetzt auch zum Pissen ey die haben alle Eheke wetten als er die alle Eheke ach da ist sie klar da hat er den Einwalt scheißen zugeschaut und hat er sich gerade sierlich gedacht äh oh scheiße jetzt habe ich Augenkrebs Oh, das sind böse Jungs. Oh. Ja, bitte. Oh, yeah. So, und jetzt. Bam. Und jetzt. Ach, denn ich schaffte auch nicht. So, dann die Unten noch. Einiges sind weggefesselten. Oh, denn das liegt. Oh, das sagt ihnen. Ha, ha, ha. Wie ist die Wegfärzen der Hammer? Ich glaube mal, das waren alle. Ich hoffe es. Ja, anscheinend waren das alle. Huch. Oh, habe ich nicht wünscht. Ja. So, yeah, weiter geht's. Falls es noch nicht bemerkt hat, wir spielen eine Flotte namens Gunfighter, das sind so, ähm, ja, Helikopterpiloten, die gibt es allerdings wirklich, muss ich noch gar nicht. Ah, hier tut man anscheinend. Ah, okay, zoomen. Ja, holen wir sie uns. Ja, holen wir sie uns. Ja, I'm back, baby. Yippie yippie yippie, Schweinebacke. Oh, den hat's erwischt. Den hat's Aua-Aua gemacht. Und ich hab's mit dabei decía, wie auch schlappen auf den Investor. Ohueeuu. Armin ich glaube er auch nie wo er spielt und er bettet da sei es ja jetzt hat sie gekriegt Ach, da oben sind auch welche Gut, dass ich euch noch erwischt hab Wo ist der andere? So, gehen wir mal da rüber Vielleicht ist er da Und scheint ist er da Oh, was ist das denn aus? Hab ich noch gar nicht angeballert Ich würde mal sagen, das Ganze dort ist schon am Arsch, ey Oh, oh, dich hab's erwischt Niemand erwischt hier meine Kollegen Das darf nur ich Übertriebenerweise gesagt Ey Auf mich anzuschließen mit deiner KKP Okay Die Musik auch voll passend dazu Naja, abwegs Ja, okay Die Musik ist vielversprechend Ja, dann schuldest du mir ein Bier, Freundchen Yeah Das nämlich Action Hey, wo ist jetzt mein geschuldetes Bier? Hey, wo ist mein Bier? Sonst schieß ich dich an Okay, schieß dich an Bam Ja, ich weiß, dass wir ein paar Flüchtige haben, es gibt immer Flüchtlinge Die haben halt Schiss vor uns, jetzt haben sie nicht Respekt Ja, ich hab's wirklich erwischt Und jetzt hast du dich noch mehr erwischt Und jetzt noch mehr Haha, jetzt müsstest du eigentlich tot sein Genauso wie jetzt Naja So logisch muss das Spiel auch nicht Hm Weiter geht's Ach ja, und die Sitze sind von Ikea Und ich habe mir einen Fernseher, da können wir mal RTL 2 anzuschauen, ne Nein, natürlich ist das hier das Radar und hier Ja, ich sitze, ne Hab euch nur verarscht Hehehe So Hehehe 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 Ach, was kommt jetzt? Oh, ne, sie kennst du, hier werde ich gleich mal ausnutzen, um was zu trinken Ah, ne, sie kennst du, hier werde ich gleich mal ausnutzen, um was zu trinken 06, ich hab ein Ziel, Mailgrüße Ah, es gibt nichts besseres als eine Flasche Mezzomix Ja, die holen wir uns So Yeah So Okay, die schnapp ich mir Aaaaaah Ja Yeah Du sollst mir helfen, man Na, hupala Ja, ich geh mir da vor die Kamera, äh, beziehungsweise Rakete Boom Boom Huch Wer zum Teil hat mich schon lange geklappt, war mehr Okay Und Bäm Yeah Das war ein Headtrick So Du Nu Ach, 800 Pfund, da kannst du bis zum nächsten Tankstelle noch hinfliegen, zwinkerzwinker Hey, das sagt man nicht, das macht man nur, hehehe Mein Humor zeigt sich mal wieder Yeah Yeah Ihr könnt mir das doch nicht meinen Arbeitskollegen antun, spinn dir oder wann Ja, ich weiß, dass dann RPG ist Ja Ich weiß, dass du bist Oh, du Arsch Oh, du Arsch So Ja, ja, ich komme schon wieder Ich komme zurück, komm euch zu holen Aaaaaaah Yeah Ja, ich denke mal, die müssten daumen sein Ja Ach so, da Mann hat Mutter Talibah mal wieder viel rumgemacht hier Zwinkerzwinker Ha, ha, ha Na, die Flüchtlinge werden keine Flüchtlinge bleiben Aaaaaaah Bam Yeah Und Hellfire Huch Das war's Jetzt können Multi-Multi-Taliban nichts mehr anrichten So, ich glaube mal lieber, das war's Ob die Mission des Bandits ist? Hm, weiß ich nicht Kommt der Mann hat Multi-Taliban-Virum-Techtel-Mächte gemacht hier Das ging gar nicht Zwinkerzwinker So, ist da jemand hier? Ich glaube nicht Äh, nein Gut Dann gehen wir mal zum nächsten Nick Donalds Ne, echt, wir sind ein Land der Teletubbi, weißt du das? Tun Hu Uiuiuiuiuiui leute Das war nicht sehr Nett von euch Jetzt gibt's Ärger mit Onkel Patti mann mutter taliban hat doch viel rumgemacht ja was zum was ja ich weiß was dann feld im felsen so zahlen er sieht ihr dass ich da drauf bretter die tierisch ich bin doch so viel machen ich hab ich die nicht da seht ihr das ich erwischt die so lange ich will ich erwischt die echt nicht ich werde mal ein hellfeier später drauf brettern schweinebacke er hellfeier das war's gute camper schlechte kämpfer gute zeiten schlechte zeit so ab nach hause zu mcdonalds mit uns ich bin auch hier mit der spielekonsole wo das keine ist werden dieses auto verkaufen ist auch noch ausgutzen zu sich werden ich glaube das war's jetzt kommt eine zwischensequenz malgroom mission ausgeführt gunfighter 1 1 hat es ziemlich erwischt gunfighter 6 roger war's gunfighter 1 1 ankunft beim fort in etwa 12 minuten rettungskräfte bereithalten gunfighter 1 1 12 minuten roger sie werden schon erwartet wir fliegen direkt zum fort luftlinie da wo 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 ha das war ein sniper da 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 so ihr wisst was das heißt ja um ich hoffe es hat euch gefallen ja und wir sehen uns das nächste mal wenn es wieder heißt let's play metal of honor ciao leute und das abonnieren nicht vergessen so sechs sehr auf auf